Laura Maria Röpper, Baby-Update. Am Ende kann man nichts dagegen machen. Nach ihrem Krankenhausaufenthalt gibt Laura Maria Röpper ihren Fans ein Baby-Update. Wie geht es jetzt für sie weiter? Laura Maria Röpper, 28, macht aktuell keine gute Zeit durch. Die Partnerin von Pietro Lombardi, 32, war im Krankenhaus, da die Gefahr besteht, dass ihr Baby zu früh auf die Welt kommt. Dort durfte sie nur wenige Schritte gehen. Wie bei ihrer Schwangerschaft mit Leano sind auch jetzt Komplikationen aufgetreten. Eine schwierige und nervenaufreibende Situation. Zum Glück ist die Influencerin mittlerweile wieder zu Hause und gibt ihren Followern ein lang ersehntes Update. Laura Maria muss sich schonen. Auf ihrem Instagram-Kanal verrät Laura Maria ihren Fans am Wochenende, dass sie die Klinik verlassen durfte, sich aber noch schonen muss. Wir hoffen, dass der Kleine sich noch einige Wochen Zeit lässt und im Bauch bleibt. Am Ende kann man nichts dagegen machen, wenn er früher kommt, aber ich bete, dass er sich wirklich noch ganz viel Zeit lässt, schreibt sie. Viel wird hier vorerst auf meinem Profil nicht passieren, weshalb ich auch nicht wirklich etwas zeigen kann. Doch dann gewährt sie ihren Fans doch noch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Anfang August startet Laura Maria mit ihrem Online-Shopper Maria und dafür müssen natürlich noch einige Sachen erledigt werden. Damit ich mich nicht komplett nutzlos fühle, mache ich schon die ersten Pakete fertig und arbeite etwas vor. Wie ihr wisst, verpacke und versende ich das Ganze mit meinem Bruder komplett alleine, schreibt sie zu einem Foto, auf dem hunderte Versandkartons zu sehen sind. Alles andere ist im Lager, heißt es weiter. Aber hey, wenigstens kann ich die Kartons im Sitzen falten und habe etwas zu tun. Bleibt zu hoffen, dass Laura Maria sich dennoch viele Ruhepausen gönnt, denn das ist aktuell die Hauptsache. Und das ist aktuell die Hauptsache.